Ja, nur wieder. Er hat da irgendeiner was in den Rücken geworfen. Das war ich. Okay. Schon später? Ja. Hier rein. Ach, hier darf ich jetzt rein. Nee, will ich nicht rein. Ich auch nicht. So, da oben liegt Schatz bei Fackel. Bei Fackeln im Sturm. Ich geb erstmal die Quest hier. Na, ich mach gleich die nächste Quest, so. Keine Angst. Ich seh's nicht. Wo liegt ne Fackel? Wie, wo? So, wer verkaufen will, kann hier dann auch gleich mal verkaufen. Das ist ne gute Idee. Das ist trotzdem unser Zuhause. Hier leben wir in Frieden. Weit weg von den anderen Torpa. Ah, du, 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 du. Ach du Scheiße, was hab ich denn hier alle siegeltasche? Ja, jede Menge scheiß. Viel zu viel Scheiß. Erstmal die ganze Artefaktmacht. Das habe ich so zwischendurch schon ein bisschen gemacht. Nö, ich habe sie ignoriert die ganze Zeit. Okay. Ich habe fertig. Vorsichtig, Artefaktmacht kann jetzt verkauft werden. Ich weiß egal, ich kann sie brauchen. Hörst du nicht zu? Ich habe den Verkäufer nicht mehr an. Ja, weiß ich. Ich habe den Verkäufer aber nicht mehr an. Das habe ich nämlich letztens festgestellt. Die Scheiße, warum haben wir es jetzt gemacht? Guck, Verkaufsartefaktmacht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben wieder. Für diejenigen, die das nicht mehr gebrauchen können. Ja, mit dem nächsten Patch brauchst du wieder. Aber irgendwann bist du wieder an einem Punkt, wo du es dann nicht mehr brauchst. Das ist korrekt. Dann hast du ja lieber... Sag schon. Ein paar Knunzen, als dass du dann da ständig auf Löschen drücken musst oder so ein Trick. Ja, das ist natürlich intelligent jetzt gemacht. Ja, klar. Aber sonst vorsichtig mit dem Klicken, wo was geht. So, auf geht's. Erstmal gewichtige Sternen. Immer diese Angler. Ich habe gar nichts geangelt. Ich habe ein Paket aufgemacht, was ich in der Tasche habe. Das macht die Sache nicht besser. Das war nur ein... Das war ein Sondergebot, Angler. Ja? War angeln oder angeln. Ah, okay. Also Dynamit fischen. Ja, so ungefähr. Hier ist Torchlight 2. Oh, diese Geschwindigkeit. Oh. Ja. Das finde ich gut bei Torchlight 2, dass du da nicht mal eine Angel brauchst, beziehungsweise eine Angel schon drin hast und dann mit Dynamit fischen kannst. Das ist cool. Ist das möglich, dass man hier so langsam läuft? Ja. Für die Atmos. Handtipp. Ist mir scheißegal. Und? Ich laufe auch mit Handtipp schneller. Okay. Mach mal weiter. Das klappt gut, was du da machst. Ja, danke. Ich weiß, dass ich irgendwas kann. Wow. Ich bin hier. Ja, Mann. Nein, du bist nicht hier. Du bist da. Oh. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ja, aber für dich bin ich vielleicht nicht hier, aber ich bin für mich hier. Also da? Ja. Gut. Ich habe gerade keine Ahnung. Was meinst du mit gerade? Oh, da komme ich genau wie ich zum Loot. Loot geil. Quest kompliziert. Die eine brauche ich noch. Was muss ich denn? Ach, da. Ah. Geht's denn da lang? So, habt ihr den Boss schon? Nein. Nein. Dann hol nicht mehr. Erst mal den Schatz kommt zu mir. Der ist so nicht da. Ich bin eh bei dir. Ich habe dich gerade überholt. Mein Gott. Wo müssen wir hin? Ne, hier den Schatz wegnehmen. Schatz wegnehmen? Schatz wegnehmen. Ah, da. Wir müssen nach deiner Mitte warten. Da der Boss nicht da ist. Der Chef ist nicht da. Wir können wilde Sau spielen. Oh doch, da ist der Chef. Töten wir ihn. Das finde ich voll Pfosten. Hm. Fuck. Musst du da unten, Manko? Okay, sag mal Prost. 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 Ich trinke auch mal beim Kapol, der mittlerweile kalt ist. Ich tue so, als wäre ich Magier. Jo. Oh, du hast auch eine heiße Schwester. Ich weiß, danke. Das ist mein persönliches Hab und Gut, ja. Oh, 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 oh. Das ist er. Toll. Sag mal, bist du Tank? Töte. Oh, das neue Hausquil muss der Chef ja auch noch haben, ne? Du standst nicht in uns, da hab ich mir gedacht, würde ich denn los. Vorsicht, der Koppos von oben. Aua. Tut doch weh, Mankin. Hat mein Ohr gestritten. Du bist ja hier noch mondsüchtig, wenn das so weitergeht. Das war ein Schneewall. Das war ein Mond. So, hier oben, Schatz, Chef. Watt, wo? Wo muss ich denn hier noch? Jetzt sage ich meinem Chef, er ist ein Schatz. Du musst noch drei Möllox töten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, wir sind durch. Keks, hast du denn den neuen Murloc schon, dein neues Haustier? Was ist das neue Murloc-Haustier? Kennst du das nicht? Nein, ich bin nicht so ganz up to date. Heutzutage. Wir sind nicht alle so suchtig wie du. Ich such sie nicht, ich bin nur auf der Suche. Ich stehe hier erst mal im Feuer, ja? Hey, blaue Kacke, die mir nichts mehr bringt. Nee, ähm, wir gucken eben, wo ist er, wo ist er? So, ich habe auch fertig, ich komme zu euch. Ihr macht wahrscheinlich schon das nächste, ne? Nee, ich habe gerade nichts getan. So, wo ist der Chef, ne? Der läuft, der Chef. Chef, hier, gucken. Halt, stopp! Was? Ich muss Bergarbeiterarbeit machen. Hier gibt es gar keine Folgefest. Nee, hier ist sie durch. Na sowas. Wo seid denn ihr? Ich bin hier. Ich bin doch hier, sag mal, macht doch mal die Augen auf. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du da als Katze rumstehst. Ah, okay. So. Aha. Hinter mich, das ist Murder. Hallo, Turkey. Weiß keiner, beziehungsweise wusste keiner, bis einer unserer Member, dessen Freundin, uns da aufgestoßen hat, zu holen im Lichting, in der Dachenhülle. Ja, das Ding. Ja, das wusste aber bis dato keiner. Das haben sie auch in der Woche geschrieben. Das ist eine Nachricht, die ist jetzt bekannt seit Sommer letztes Jahr. Ja, das haben sie gleich mit... Keine Dinge ist eigentlich geführt, mit VOD, ne? Nee. Die hattest du schon länger. Okay. Ist nur halt seit VOD bekannt. Kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Jetzt geht's. Jetzt spielen wir. Roll den Berg runter in deinem Fass. Fass rennen. Yay, Spaß haben. Yay. Yay, ich bin ein rollendes Fass. Oh, nö, schwindelig. Ich muss kotzen. Man kann es ja gar nicht steuern. Ich wollte es gerade sagen. Oh. Und ich habe die Kamera mitten im Fass. Ja. Ja, das ist doch schön. Weltquist, Weltquist. Hab ich das vielleicht geahnt? Hm. Heißt du Arne? Und Ramob, Ramob, Alarm. Ja, ja, schon unterwegs, unterwegs, unterwegs. Da, 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 da. Gut, dass das Wasserlaufen wieder nicht funktioniert. Nee, das heißt ja nicht... Bist du Jesus? Ja. Nein. Sag mal lieber Moses. Nein, ich bin Schamane. Weniger Jesus, mehr Moses. In der D... Die Dosis Moses. Oh, ich komm an, da tritt der mich direkt. Ja, vielleicht hat er verdient. Gleich erst mal ein Arsch tritt in die Fresse. Ja, ja. Weißt du, wofür es war? Ja. Guck mal, der eskaliert. Fällt mir nicht auf. Der hatte vorher fünf. Jetzt hat er Zähne. Was, der Zähne? Ich seh nur riesige, stinkelnde, pickelige Füße. Ja. Solltest mal weiter rauskrollen. Achso. Gute Idee. Na, da ist er tot. Der hat mich ernsthaft mit dem Murloc gehauen? Muss er sein? Ein Schmuckstück als Murloc, ja? Ist sogar besser als eins der anderen Teile. Ja, so ein Murloc als Waffe wäre auch mal was, ne? Murloc-Streitkolben. Ja. Wenn der schon sowas hat. Ja. Kann man einen anderen Murloc um die Ohren hauen? Ja. Ja, hat was. Warum? Ich habe, ich, ich besitze Angel, da ist ein Murloc drauf. Das ist nicht das Gleiche. Okay. Wir können auch weiter, das Gebiet ist länger. Ja, aber hier ist was Bestimmtes. Ich frage mich gerade, wofür der Preis ist, in dem wir hier drin stehen. Ist das irgendwie... Scheißegal, das ist Blödsinn. Hier. Oh. Dicker, dicker, dicker. Ich hole den anderen Dicken auch noch, kann er zwei tanken? Da haben wir schon mal 20, 26 Prozent sicher. Dein Wort in Gottes Ohren. Hier wieder alles auswendig. Ja. Mit deinen Worten, ich suchte. Ja. Oh, ich hasse das bloß, wenn diese vier abhauen. Ja. Ich hole ja schon mal ein paar kleine hier zu. Ja, ich spiele mit dem anderen. Wer nicht heilt, darf die Akku behalten. Also, Amiga Link. Ich heile mich zwischendurch selber. Aha. Ja. So, da unten sind die Nächsten. Rande, rande. Pull. 38 Prozent haben wir schon. Das geht besser. Pull mal den von da hinten. Nee, die kommen. Ja. Ich versuche mal, ob der mitkommt, weiß ich nicht. Der lebt hier immer noch. Mach doch mal Schaden. Was ist denn das für eine faule Ausrede? Das ist auch sowas, was ich noch nicht kapiert habe. Manchmal stehe ich angeblich zu weit weg, obwohl ich in offenen Füßen stehe. Hm. Wenn der dann weg springt, ist das natürlich ganz besonders. Zwei Lager. Ich bin am Ärzten. Na, super. 26, 16 Prozent noch. Können wir das schaffen? Ja, schau mal. Wir kriegen jetzt den nächsten 6. So ein Nerd. 10 Prozent noch. 10 noch. Na, da wird es eng. Da wird es eng. Ich denke, es ist hier. Es regnet Schneewelle. Nein, das sind Sterne. Also was denn jetzt? Bist du jetzt ein Astronomiker oder ein Komiker? Ich frage ja nur. Fertig. Ja, Mann. Wir sind erfolgreich. Immer. Warum ich doch im Kampf? Ah, dann. Soll ich einen Abgesandten besuchen, um eure Belohnung zu erhalten? Ich weiß aber nicht, wo ein Abgesandter ist. Weil ich jetzt halt vier Quests, Weltquests gemacht habe, deswegen. Nach Donner-Totem müssen wir... Drück mal die Pfeife. Drück mal die Pfeife, ist einfacher. Ich glaube, es hackt. Du Pfeife. Du Pfeife, du. Dann brauchen wir nicht den ganzen Weg hoch eiern da. Sagst du. Auf nach Donner-Totem-Quests abgeben. Wo seid ihr denn? Beim nächstbesten Flugmeister. Ja, lol. Ich will noch nicht bleiben. Du hast ja mehr Flugpunkte als wir, weil du schon heimlich weitergespielt hast. Das ist pfeifenunabhängig. Nein, das ist nicht pfeifenunabhängig. Die Pfeife bringt dich nur dahin, wo du schon mal warst. Ach so, ja. Dann seid ihr jetzt klar im Vorteil. Ups. Kommt auch mal vor. Cheater. Würde eher sagen, wir sind im Nachteil. Denn wären wir zu dem Flugpunkt hingeritten, der gerade am nächsten war, hätten wir einen neuen. Was wir jetzt nicht haben. Ich habe einen ziemlich weiten Weg dafür, muss ich sagen. Wir treffen uns oben. Jetzt habe ich eine Welt-Quest in Donner-Totem. Was musst du machen? Verteidigung. Brauchen wir nicht. Aufräume arbeiten. Aufräume arbeiten. Trommeln. Trommeln. All das schöne Zeug halt, ne? Dann sucht mal Renntiere. Ich gebe hier ab. Dann kriegt ihr 10% und nicht nur 6%. Ich brauche Knochenfragmente von Öchero. 600. Was tut du vor? Keine Ahnung. Du machst das. Du machst das. Du machst das. Oder du hast. Mein Reittier. Ach so. Ja, das bräuchte ich ja auch noch eigentlich. Ja. Aber nicht mit dem hier. Das müsste ich mit der Eule machen. Ach, das ist Archäologie scheiße. Das ist Archäologie-Kacke. Ach, du Scheiße. Dann bekommst du dieses Reittier. Ich müsste erst mal Archäologie lernen, glaube ich. Nö, nö. Eigentlich nicht. Du müsstest es auf 1 haben. Ich habe es auf 1. Ja, okay. Süße. Ich wollte gerade sagen, ohne Beruf kannst du nichts Quest kriegen. Wann habe ich denn das gelernt? Ich bin ja gleich da. Das dauert nur noch 10 Stunden. Einmal mit Profis. Ja, das habe ich mir auch gehört. Der Moment. Genau. Die hören gleich auf, wenn ich da bin. Ich muss nur noch eben da reinkommen. Mach du mal. Und dann müsst ihr noch unten kommen, weil da steht der Navarok, mit dem ihr das Quest fortführen müsst. Oder beenden müsst. Was wir eben gemacht haben. Ja, ja, schon auf dem Weg nach unten. Okay. Ich bin jetzt bei 54 Prozent hier. Machst du schon fertig, oder was? Wir machen alles gleichzeitig. Ich bin Multitasking fähig. Ach so. Ich habe doch mehr als einen Knopf. Super. Passt. Und jetzt fahren wir wieder hoch. Ne, ich muss noch die Trommeln mitnehmen. Ich muss auch hier noch eine Trommel mitnehmen. Es sind drei Stück hier oben bei mir, wo ich jetzt genau... Ja, du kannst Trommeln nehmen oder eben die Renntiere. Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Quest hören. Nicht Quest lesen. Quest hören. Ach, pff. Kann ja jeder kommen. Habstand, Tate. Ich bin rausgeflogen. Du stehst auf dem Fahrstuhl. Ja. Geht's halt dazu. Was ist los? Weiß ich nicht. Wenn du aus dem TS gleich verschwindest, dann hast du ein Rotor-Problem. Das kennen wir ja. Der hat's kaputt gemacht. Glaub ich nicht. Das war eher so von so einem VW-Ding, glaube ich. Einfach mal just for fun rausschmeißen. Ja, und Lade-Button. Lade-Button. Ich hab genau das Richtige für euch. Ich bin wieder da. Hm, Kiesse. Da ist ein Elch. Ja, hallo. Hallo Elch. Dafür hab ich hier jetzt eine Anzeige doppelt und dreifach. Das ist natürlich auch geil. Der ist total Töfte. 62 Prozent. 80. What? Ich hab zwei Elche weggebracht. Achso.